so weiter geht's heute mit ist das street black flag und wir machen heute weiter haben mit einer kleinen schiffskern rettung ich habe heute ich kann ja das weiß ich auch so die ist weg so wir haben jetzt noch mal drei kleine genau da haben wir wieder die zwei großen die eigentlich am gefährlichsten sind eigentlich die zwei großen die kleine gar nicht so wirklich aber wenn wir uns wieder so machen wir eben dass man ein bisschen daneben träger und ihnen dann versuchen nach und nach gut das eine große hat eben unseren kollegen geholt dass wir hier ist gut genug auf den grund die ist weg so jetzt haben wir noch eine kleine oder die aus bei bei der zwölf bis dahin komme ich immer wieder aber nicht so weit hinaus ist keine schikane das wird sie versetzen erwarten befehle Feuer! Feuer! Die Kriegenverschärkung, Captain! Feuer! Dies auf die Mim, die sie abführt, Captain. Feuer! Feindliche Feuer! Feindliche Segel! Sie feuern, Sir! Auf sein Feuer! Haben Schaden genommen! Feuer! Bereit halten, wir stoßen zusammen! Feuer! Feuer! Sie sind knapp, Feuer! Sie muss raus! Feuer! 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 So viele Segel wie ihr könnt! Reizu Feuer,mannske! Whoa. das war keine absicht war ja das kläre ist schon mal geschichte sind jetzt glaube ich doch die zwei großen oder wenn es richtig um firmen ab warum darf ich die weshalb wieso darf ich zu feiern damit sie uns nicht rammen kann machen zum aufschlag am ziel vorbei ja feindliches feuer ja ja kommt schon ja noch so ein treffer und das war's sie kann nicht mehr einstecken ich muss jetzt gerade mal ein bisschen ich krieg sie nicht hin ich krieg sie nicht hin ich hab sie eben schön hinbekommen ja so mit sind bereits daneben verdammt alle segel sie vertreibt das hoch leute an die brabensegel alle aus der gruppe das war's für die frage ist ob die jetzt jeden fall segel abgedeckt ist ja wir hätten so schön jetzt eine große sind zwei große schriften aber das ist das problem an der sache ist gut genug ich habe wohl das wasser gerade geschossen wenn ich mich so richtig erwarten befehle feuer da ist die du schwachstelle tschüss auf position für dir kriegschefen sich ketten denke das ist ein feuer schieß da hin ja ja ich glaube die kleine habe ich jetzt wecken ja das wieder die vier ein gut platzierter schutz tschüss ab fliege und ältern sie vorbei ein gut platzierter schoss weniger naja und sind wirklich arbeiten ja er meint nicht auf der bühne auf dein zeichen kämpfen sie darf uns auf keinen fall abben kämpfen die verladen sie uns feuer laden noch nach feuer eigentlich haben sie damit sie uns nicht rammen kann wir müssen diesen bereich ach das ist waren doch das jetzt mal dass das nicht die neptun das ist die neptun das ist da vorne das lassen wir jetzt gerade mal sein dass man nicht da reinschießen am ziel vorbei so ich versuche gerade ein bisschen luft zu holen hier wir haben jetzt glaube ich bis auf die soll jetzt die großen holen jetzt ein bisschen mit der großen helfen wir sind gleich treibgut captain feindliches feuer nicht gut genug so wie groß ist denn gegner feuer mann ich hatte doch so gut wie tot die können ja trotzdem noch treffen 500 kilometer entfernt treffen was auch ich noch vor allem ich kann nicht mehr weiter die kenne ist weg zumindest der eine so lebt es nicht immer die beute aus feuer daneben bereit zu feiern das ist unter und auf den grund sie bricht auseinander und auf den grund und tschüss wir waren es mit ich hoffe das ist danach die letzte das dürfte eigentlich danach die letzte sein ich bin wirklich jetzt ein bisschen da ist sie am schlechtsten captain die ist weg bereit zum feiern daneben jetzt kommt ja meine meinung nach schwerste teil feier Ja! Ja! Aber sie verwundbar kriegen! Ha ha ha! Man oder bereit! Feuere! Feuere! Ihre Schussball ist umgeschützt! Schieß! Bereit zu feiern, Sir! Feuere! Vorbei! Zieh die Herren! Feuere! Feuere! Ja! Feuere! 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 Er schrecklich nahr! Feuere! 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 Ja, ist wohl Lind. Komm schon! Leg ihr Minen in den Weg, wenn sie uns rammen wollen. Feuer! Der Zimmermann muss das flicken. Konzentrier dich aufs Ruder, Käpt'n! Blas eingesteckt, Käpt'n! Feuer! Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Wir können sie entern! Auf deinem Zeichen, Käpt'n! Feuer! Feuer, Sir! So, die ist schon mal weg. Hebe den Befehl, Sir! Ist das der Kleine? Ne, ist zumindest mal einer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein kleiner oder der große war. Feuer! Alter Sicherheitsabstand! An die Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Bereit halten! Feuer! Wir machen so schnell wir können! Feuer! Mist! Der Winkel schlägt noch nicht. An Steuer, Käpt'n! Du reißt uns in Stücke! Feuer! Feuer! Das schreit zu schießen, Feuer! Wir sind verschädigt! Leesiegel heißen, los geht's! Letzt auf, Rahm und Wasser! Vielleicht sind wir Fisch von der Käpt'n! Ich hätte fast alles doch! Schiff reidet! Zu viel Schaden! So, mal ein bisschen rausnehmen aus der Hände. Wenn sie uns rammen wollen, ich gebe mit einer gute Antwort. Ach, Mann! Feindliches Feuer! Ja, das war's. Geht mal ab, Jun! Ich weiß nicht, wie viele hundert Kilometern entfernt sind. Die sind komplett auf der anderen Seite. Treffen trotzdem perfekt. Ich komme nicht raus aus der Nummer. Ich krieg das Ding nicht geschissen. Ja, ich bin langsam richtig in die Mission. Ja, dann halt nicht, ey. Tschüss. Adios, bye bye. Panorne bereit! Feuer! Sie präsentieren sich uns. Feuer! Lasst sie dafür bezahlen! Aufstellung, ihr Vasen! Feuer! Nachladen! Der Nächte trifft! Feuer! Ja! Sie lachen nicht! Und es ist nicht nur das eine Schiff, Kämpfen! So. Jetzt sind wir drei. Wo ist der verfluchte Pulverhase? Wo ist der verfluchte Pulverhase? Feuer! Feuer! Das war's für die! Und auch der Baut! Ihre Schwachstelle ist auf der Schiff! Schießt! Leichtes! Feuer! 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 Messen! Der Winkelschiff! Feuer! Das ist super wunderschön! Feuer! Heute ist gern schwimmen! Schiss! Ha? Ja? Das war's für die! Jetzt haben wir die ganz Große noch. Also vier. Leider. Mit anderen haben halt zwei Große, ne? Ja? Backbox! Da! Ein Überlebender! Feuer! 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 Meiner fertig, Sir! Feuer! Feuer! Feindkraft zur Kollision! Feuer! Feuer! Auf die Minen! Wenn sie gegen... Gegner! Feuer! Feuer! Ja, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain! Bereit zu schießen, Sam! Ja, scheiße, das ist jetzt das Problem, die Zeit... Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Bereit zum Feuer, Captain! Die darf uns auf keinen Fall rüber! Wir ärgern im Klucken eine Menge Blei, aber stehen doch! Feuer! 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 Daneben! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ja! Laden noch nach! Feuer! Ja! Noch ein Treffer und hier sinken! Stipps mit den zwei, Canway! Du musst ausreichen, sie will uns rahmen! Sie wurden getroffen, Sir! Feindliches Feuer! Herr Damm, bist du verrückt? Feindliches Feuer! Ich versuche gerade, ein bisschen rauszukommen aus der Nummer! Mann, wieso kriege ich diese Scheiße nicht hin, ey! Ich habe die aber lieber getroffen! Du bist nur tot, du bist tot! Es ist scheißegal, du bist tot! Ja, dann breche ich die Scheiße Erinnerung einfach ab! Scheinbar wollen sie nicht! Scheinbar hat sie keine Lust mich... Ja, ich würde gerne! Du hast mal nur... Ich kann dir die Brustrunde vom Hals halten! Jetzt kann man nicht sagen, dass ich das Ding kriege... Ich kaufe mal neue! So, versuchen wir es einfach nochmal! Ach, Mann! Warum auch immer du jetzt weg springst! So, Mann! Mörser hat er ja gesagt! Na, kann ich nicht mehr! Ja, gut, ich könnte ja tatsächlich... So, versuchen wir es direkt nochmal! Muss ich da ran? Muss ich da ran? Ich würde es ja gerne! Ich würde es ja gerne so gerne machen! Schaffen! So, wir machen es in der nächsten Folge! Versuchen es nochmal! Vielleicht ein bisschen mit stärkeren Sachen! Bis dann! Tschüss! 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 Aus dep Ottawa. Tschüss! Hahenas! Tschüss! Ich will das fließen! Und das ist das żeряビ, muss ich